Hi Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Diablo 3. Guten Tag. Wir sind jetzt da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Quasi. Macht Sinn. So, warte mal, ich muss mal hier mal eine Typ-Molik. Nein, ich hab meine Güte verschwendet. Oh nein, ich hab, glaube ich, meinen falschen Ries ausgewählt. So ein scherz-Zauberer. Mein großer großer Fred rennt nicht mit mir rum. Der große Fred. Ja, den hast du weggemacht. Ja, ich hab was anderes. Ich dachte, der rennt hinter mir her, weil der Bewegungsgeschmähigkeit erzeugt oder nur in den Umkreis. Ja, gut, macht's vielleicht bei Bossen. Ja, wenn man das dann so gut bewegen muss. Auf die Klauze? Ja, ja. Soll ich das mal grad noch erinnern? Kannst du so auf den Aua? Ja, kannst du. Ich glaube, wir müssen erst mal aus dem Kampf aus. Aus dem Kampf raus. Und wir werden oben geschossen. Jetzt noch. Hoch, noch. Ich kann noch von den Kriegen. Inhaupt kein Ding. Verrext. Ich hab noch keine Probleme. Ich hab mich da ausgerüstet. Stimmt's. Sollte ich nicht mehr so hart auf die Eier bekommen? Ah, jetzt hast du mal eine Kopie. Ein was? Eine Kopie. Braucht man zum Waffenherstellen? Nee, braucht man nur eine Waffe. Socken. Ah, Waffen und Rüstung, Socken und so. Da gibt's halt kleine Boni. So, warte mal ganz kurz. Das will ich mal ganz kurz geben. Äh, wo waren der Vogel? Auf RB. Da ist der Kolossus. So, das geht schon weiter. Gut. Halli. Aber wie du siehst, ich hab mir das vorhin diese Einrunde da noch holt. Oh, da ist was Geld. Da sind wir vier so Hündchen. Okay. Geh. Da bin ich nicht komplett eingeschmerzt. Geht's noch? Ach, schön unser Genus. Na dann. Na ja, gut, das geht ja hier voll noch. Das ist ja lachhaft. Ja, na, verreckt man wieder, wie die es sagt. Ja, ja, da haben wir wieder das Maul zu weit aufgelöst. Da ist keiner gestorben. Ich glaub, das sind jetzt auch schon zu stark. Die sterben nicht mehr einfach so durch irgendwelche Holzstimme, die auf sie trauffallen. Tja, man kann ja nicht alles sagen. Hey. Guck mal, wer da gekommen ist. Der wollte uns wohl von hinten vernaschen. Der wollte uns vom Spielplatz locken mit Süßigkeiten. Was? Ja, dass es mich richtig geht. Mappenständer. Yeah. Weißes Zeug. Super. Ah doch, einer ist gestorben gerade hier. Aber der war wahrscheinlich schon angeschraubt. Ja, der war, der war, der war krank. Der war krank. Der hatte... Syphilis. Okay. Okay. Fieber. Oder so. Kopfschmerzen. Ja. Migräne. Er hatte Migräne und bald ist ihm auf seinen Kopf geflogen, er hat er sofort gestorben. Ja. Da kommt ja schon wieder so ein Kackbaum. Irgendwas schmeißt mit Sperren nach mir. Mit was? Mit Sperren. Nein, ich habe jetzt was ganz anderes verstanden. Und mit... Mit... Nein, Dirk, nicht mit Sperren. Ja. Aber gut zu wissen, dass du weißt, was ich denke. Ja. Leider. Ich habe mir überlegt, soll ich es aussprechen, soll ich es sein lassen? Äh, ja. Motte. Ja. Tschüss Motte. Die hat kein Bock mehr. Die Motte hat Adieu gesagt. Ja. Da ist ja was. Ein Brunnen. Ja, braucht man eigentlich. Oh, ein Baum. Oh. Ach so, du hast das Ding schon eingesammelt. Ja, da kommt nichts raus. Nee. Aber vielleicht mal ein Gegner oder so. Oh, eine Truhe. Oh, ein Buch. Oh, da ist ein Stadtportal. Na, das ist schön. Können wir uns teleportieren. Oh, ein Buch. Noch ein Buch. Oh, du bist ein Level aufgestiegen, du bist ein Buch lesen. Du bist jetzt übelst die Intelligenz bester. Ja, gut, das war ich jetzt. Aber jetzt bist du noch viel mehr. Ja, das finde ich. Zu klug. Für diese Welt. Du bist so klug, dass du keinen Schaden mehr machst. Weil du so klug bist, weil du nicht mehr umgehen kannst mit deiner Intelligenz. Noch ein Baum. So. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier hoch. Na ja. Aber zum Anwesen müssen wir jetzt. Ist da was? Nö. Wir müssen jetzt zum Anwesen. Und dann müssen wir zum Anwesen. Und da müssen wir anwesend sein. Und dann müssen wir anwesend sein. Genau. Da müssen wir die Anwesenheitsliste durchgehen. Und eintragen. Unterschreiben. Datum im Ort. Ja. Und dann übergehen. Richtig. Dann warst du schon. Dann ist Level 11 das Spiel. Ja. Dann haben wir das ganze Spiel geschafft. Weil es ging einfach nur um die Anwesenheitsliste. Dass man sich da rechtzeitig einträgt. Ja. Genau. Das wäre bestimmt die beste Story von dem Spiel. Man muss so der Landratsamtssimulator für die 90er oder so. Da musst du dann so Formulare die ganze Zeit ausfüllen. Kfz-Abteilungen und die musst du halt erst freispielen. Genau. Oh, da ist ein legendärer Kürtel. Bitte für mich. Nein, bitte für mich. Ja, für mich. Nein. Ja, mir irgendwie. Ja, mir irgendwie. Ja, sieh, 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 sieh. Du hast ihn gar nicht verdient. Du kannst ja nicht mal aussprechen. Da ist ein Turm. Ja, und jetzt? Ich mach's. Oh, nein, dann müssen wir hin. Da ist ein Turm. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ich glaub, das liegt echt an meinen Antiallergikum-Tabletten. Das ist dann wieder euch hier nicht die ganze Zeit das Ohrvoll rutscht. Ja. Genau. Heuschnupfen ist das. Übelste, was es gibt. Habe ich zum Glück noch nicht. Ja. Aber kann man hierher Zeit kriegen. Kannst du vielleicht noch bekommen. Oh, was Blaues. Ja, und du stehst in irgendeiner Scheiße drin. Ja, ich muss ja in der Kamp. Ja, kein Wixen-Doktor. Ich kann doch einfach mal. Aber sie ist ja... Oh, ihr habt ihr einen gelben... Gelben. Ja, irgendeinen Armkuss. Oder Balken-Zwieher-Licht. Und du hast einen Ring bekommen. Einen Ring, super. Hat man eigentlich noch gar nicht so viel, oder? Nee, ich glaube, ich glaube, Briege kommen relativ selten. Der müsste erst sterben. Und ich kann ihn wieder suchen. Weil wenn er sich verwandelt, dann macht er dankbar so auch. Was ich richtig finde, ich habe diese... Arsch-Demann. Kann so Dämonen, oder beziehungsweise die Gegner dazu bringen, dass die für mich kurzzeitig kämpfen. Ja, das habe ich auch mal irgendwo mal mitbekommen, dass es gibt. So, wir müssen... Oh ja. Wir müssen kurz mal da unten... Ich folge dir unauffällig. Da kann nämlich sein, dass da was ganz Tolles droppt. Aber es ist nicht da. Das sehe ich jetzt schon. Ja, toll. Nämlich hier kann man ein Item bekommen, aber das kommt auch nicht so häufig von. Ja, da gab es jetzt nur eine schwule Beinschiene. Da kannst du dann nämlich... Halt die Richtung. Ja, toll. Friss! Wenn du nämlich das Item hast, dann gibt es im ersten Akt noch eins. Was ist denn das hier? Nein, ich meine hier diese blauen Dinger da. Ja, das ist ein Gegner. Der ist wieder elektrisiert. Ja, okay. Ich glaube nicht. Ja, die kommen... Oh, da ist es ein gelber und... Die kommen mir zu nah, das macht die anders. Das ist ein Band-Dieb. Das ist ein gelber und ein einzigartiger Band-Sein. Oder sind es zwei gelben? Das sind zwei Tote. Ne, es war nur ein gelber, okay. Es sind zwei Tote, ja, genau. Oh, da ist voll. Und auf jeden Fall im dritten Akt kann man noch was finden und dann muss man noch einen Plan kaufen. Einen Plan? Dann kann man sich was Tolles herstellen und dann kann man in was Tolles reingehen. Aber ich will es nicht spoilern. Das kann man, der weiß. Die Items können wir ja vielleicht offscreen mal sammeln und euch dann das Lustige zeigen. Für die, die es natürlich noch nicht kennen. Also ich zum Beispiel. Ich kenne es ja noch nicht. Kommt jetzt wieder so ein Arschloch? Nö, der redet uns nur voll und macht die Tür auf. Na dann? Ah, beziehungsweise nicht mal die Tür macht er auf. Das musst du noch selber machen. Das musst du noch selber machen. Das müssen wir selber aufnehmen. Ey, du bist mir zu schnell, Kollege. Tja, kauf dir auch Schuhe mit Geschwindigkeitskunden. Nein, will ich nicht. Ich brauche Intelligenz. Die Halle der Angonie. Das muss nur schnell sein. Hier sieht auch alles gleich aus. Rot, halt. Ja. Die verwandeln sich. In? In was die ist. Das macht böse Auer. Und halt viel aus. Ja, das war es aber schon. Ja. Ja, gut. Wir brauchen ja nicht. Ich mach böse Auer und hält viel auf. Ja, wobei so viel böse Auer machen, glaube ich. Ich hab einfach nur übertrieben viel aus. Ja, aber die verwandeln sich ja nicht, weil sie da... Ja, weil die sterben zu schnell. Ja, das ist auch recht so. Ja, mir ist es auch recht so. Ich mag die nämlich nicht, wenn die verwandelt sind. Könnte aber noch passieren, dass sie sie verwandeln. Oh, da hinten sehen wir was. Oh, da ist das Blau. Ah, ich sollte mal mein Schrei wieder aktivieren. Das vergesse ich irgendwie. Oh, da macht was böse Auer. Ja, der Laufstieg. Yay. Wieder schlägt mich zurück. Auf du pitch. Wir sind bei Level 30, der Hammer. Ja, warte mal da hinten. Wenn es in dem Tempo so weitergeht, dann könnten wir schon, wenn wir fertig sind mit dem... letzten ab dass wir da schon 70 sind wir sind immer noch mehr es nur ja erst mal wobei könnte man schon machen wenn man den akt beendet jedes mal und nochmal neu starten da kann zum ersten abgeben geht noch Sackgasse an oder dicker Mopsi der nix ruf an mopsi du dicker mopsi ganz ja ausruf willst du runter und zurück ich folge dir okay ich bin ein tomtom in 30 metern links abbiegen ok runter springen da kann man bestimmt runter fallen ich habe da zwei übernommen die kämpfe ich habe wahrscheinlich gerade den auf die schnauze ein wie hier ja auch nein verwandeln hinter mir geht es ab in der lade nach vorne da ja ok bist du kommst um geld 49 hat sich gelohnt ja man sieht gar nicht wo du hinrennen soll nicht da lau hallo ja das geht aber noch nicht wird schon demnächst freigeschaltet oh ja was einzigartiges die war nicht auch das ist das was ich nicht mag sie gelben und ihre kaktin vielleicht war der Auer macht ja ich stand da glaube ich in den kippen auf geht's nach unten ja 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 du bist vorhanden ja die Mauer muss weg die Blasen muss die Blasen muss so viel Schaden aufs Maul er hat nicht mal was gejobbt da sieht's blutig aus ja die wurden alle um es handelt achten hier geht es nicht weiter das war ja klar Karte weil er doch dann nach unten soll der Weg war umsonst nein ich bin verwandelt aha konnte sich nicht verwandeln weil ich ihn fertig gemacht hab ja so sieht das gut aus noch ein Mopsi kleiner süßer Mopsi im Buch der kleine süße Mops von nebenan na dann ne das räumt sich ja auch den kann man kacken oh da verwandelt wo ist wo ist wo ist wo ist wo ist ja die sind viel interessanter wie die kleinen roten Kackdinger die sowieso die ganze oh Goblin wo ist der Goblin da ist Goblin auch ein Goblin ja ja gut ich will deine Schätze ich will deine Schätze jawoll den haben wir eingekesselt ich krieg's aufs Maul der kommt nicht mehr weg da durch hihihi war das ernsthaft alles zwei Geld besagt das war ja sicher nicht mehr das war ja sicher nicht mehr das war ja sicher nicht mehr das macht auch hoppla hopp das wird ja dann mehr hoch das geht noch nicht stimmt jetzt wo man da so rumrollen kann ok das ist viel einfacher ja macht das Sinn oh da zeigt es uns an wo wir hin müssen ne 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 hier nicht verwandeln Rökkus ja aufs Fressbrett auf die Schnauze da blinkt's da müssen wir hin Ebene 2 such dir aus ist mir doch wurscht ja ok wird schon richtig ja wegen jedem weißen gegenstand doch nicht zurücklaufen nein nicht verwandeln nein da hat sich einer was verwandelt nein der hat sich verwandelt ist es ein schlapp der Rücks oh was blaues ich denke überhaupt ich krieg kann sich das schaden das geht noch nicht naja ok hält sich noch eins das ist gefährliche habe ich dir noch gezeigt haben wir es wieder nicht hingeschaut nein den siehst du bestimmt noch mal nein oh wir sind richtig oh was blaues oh ein Schrein der leichtsüße fällt nee geht Manni nicht denn kurz die Zeit die die dann machen die e und müssen angebend und wenn die Welt die Welt mal Arschloch brennt war Juhu Level 30 der ich noch nicht das ist nicht mehr weil er nicht Nachhilfe ruft. Wo ist er denn? Da drin. Lass ihn raus. Ja, der lässt ihn so. Also, du musst erst den umhauen. So. Bis der da seine Rumgeschrei losgelassen hat, haben wir ihn schon fertig gemacht. Aua. Schäm dich. So. Schäm dich was? Die Drecklau, die ecklige. Ohm. So, und jetzt geht's ja noch weiter mit. Ja. Nein. Jetzt ist es für dich. Was war das? Mein Winter ist voll. Aha. Da ist ein legeläres Schwer, bis du bist nicht. Du kannst es nicht einsammeln, weil du voll bist. Ich bin voll. Ich schmeiß gleich was weg. Müssen wir gleich machen. Das verschwindet ja nicht, oder? Nö, das bleibt erst mal gut. Wir müssten den halt auch mal befreien hier, ne? Achso. Und dann tun wir mal ganz kurz hier so eben mal was aus Klamysern. Aus Klamysern. Klamysern. Das heißt? Ja, du, ja mal kurz eben da aufräumen, damit war das aufnehmen, könnte das besser. Das wird rausgeschnitten. Also bis gleich. Was? Nix. Nee, eigentlich wollte ich was nur wegschmeißen, ja, so eine helle Scheiße. Achso. Ihr sagt das doch gleich. Ja, hab ich doch. Ja, dann mach das mal. Dann gehen wir zurück. Ja, sag ich doch. Ja, dann mach das mal. Ja, jetzt kommen wir doch da schon wieder so Arschlöcher an. So, mach jetzt. Ja, wie mach ich das? Ja, hier, Inventar und an das, was du wegschmeißen willst, einfach auf Y und wegschmeißen. Achso, äh, zum Beispiel was weißes. Ja, ja, schon klar. Zum Beispiel eine Waffe. Das da? Ja. Muss das? Kann's auch fallen lassen. Nee, das habe ich angelegt, oder? Achso, ja, du hast einen Hammer angelegt. Ich depp. Du hast jetzt, machst jetzt gar keinen Schaden mehr. Oh Gott. Und wo ist jetzt mein, mein Mal? Was machst du? Ich hab's verpeilt. Was machst du da? Ja, so, das hatte ich, oder? Nee, dort glaube ich, die Dieder. 85. So. Gott, bin ich gestört. So. So, jetzt, äh, A fallen lassen, ja? Ja, sag ich doch. Also gar nicht. Ich hab' gesagt, Y fallen lassen. So, jetzt sammelt das legendäre Dingern, bevor es verschwindet. Wo ist das? So. Achso, ja, jetzt müssen wir den immer noch anquatschen. Da haben wir nicht. Nee. Irgendwie nicht. Der redet auch wieder zu viel zu lang. Also das war jetzt wieder eine Geburt. Ja. Ah, mein Inventar ist gar nicht voll. Deins ist voll. Ah, ich hab' noch Platz. Und da kann sie ja meinen Müll einsammeln, den ich da... Nee, 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 da brauche ich nicht. Ich redet ihr schon? Ja, ja, da redet und redet und redet und redet und redet. Redet Müll. Was redet nicht zu viel. Ja, ey, fertig. Du rennst, 13.000 Erfahrungspunkte. Ja, läuft. Ja, läuft richtig. Was ist Max Level? 70. 70er. Äh, geht dann ja fast. So, sind wir durch oder was? Nee, geht noch ein bisschen. Jetzt müssen wir da kurz laufen, dann kommen wir in die Halle, äh, Halle der Angenie, Ebene 3. Dann müssen wir noch den, 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 wie hießen wir nochmal, noch so in Zwischenbrust klatschen. Und dann kommt der, der, kommt der, der wobere Bündner richtig, von nebenan. Aber da würde ich sagen, da macht man hier dann, ja, wenn wir vor dem Eingang stehen, bis zur Ebene und dann machen wir daий Arm. Das war quasi im nächsten... Ja, da bin ich ausgeregt. Durchgesicht! Schwanzkopf. Da taucht auch ab und zu mal ein Händler auf. Ein Händler? Mhm. Das sind so versteckte Händler, die ab und zu mal auftauchen. Das war halt zufalls generiert. Auch relativ selten, den hab ich auch gar nicht so oft gesehen. Na, vielleicht hat er frei. Na, der Urlaub. Ja. Den Ringwitz da zu arg. Der hat den Urlaub! Und verdient den Urlaub. Na ja, Urlaubszeits könnte ich schon mal anfangen. Ja, kein Händler. Ja, dann machen wir hier Feierabend. Und sagen bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Ciao, ciao!